What's up, liebe YouTube-Freunde und willkommen bei einer weiteren Folge Call of Duty Black Ops 3. Wir machen dort weiter, wo wir das letzte Mal auch stehen geblieben sind. Du lebst ja länger als erwartet. Und natürlich geht's mir schon wieder schlecht. Hä? Alter. Warum steige ich eigentlich immer gleich so ein in eine Folge, wo ich gleich sterbe? Kann's ja nicht sein. Okay. Was ist denn mit dem? Alter. Ich hab die Schnauze voll von euch. Wie schnell es mir immer schlecht geht. Munition aufstocken. Autos zu wählen, das passt schon. Ich komm natürlich wieder nicht weg. Sobald er Granaten fliegt, ist ganz sicher, dass ich irgendwo hänge. Ich geh jetzt hier mal. Ich geh jetzt hier mal. Okay, ich heize jetzt einfach mal auf alles, was irgendwie da ist. Wow, was ist denn mit euch? Ich hoffe, das bringt jetzt etwas. Nicht so früh runter. Was ist denn mit euch da? Und die Sniper? Ach, das ist ein Geil. Das ist ein Ding. Okay, 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 okay. Egal, wir gehen hier hin. Wo? Okay. Vorstoß. Taylor, gib auf. Gib auf, John. Es ist vorbei. Komm schon. Du kennst mich. Hendrix. Ja. Genau, Bruder. Bist du da drin, John? Hörst du mich? Ihr versteht das nicht. Ich bringe uns heim. In Sicherheit. Ihr seid sicher. Sicher? Was ist denn sicher? Was soll das heißen? John? John, geh nicht! Was ist ein vereister Wald? Roboter kompromittiert. Taylor kontrolliert sie. Sie explodieren gleich. Okay, es geht weiter. Oder auch nicht. Der macht das eh schon. Oder auch nicht. Der macht das eh schon. Lasst hier die Leute in Ruhe. Alter. Ach, ja. Immer wieder eine Freude. Ich liebe es. Was ist denn? Wo ist ihr her, bitte? Wo kommt ihr so schnell her? Alter, ich sag's euch heim. Wo zur Hölle will er bloß hin? Du weißt, wo wir hingehen. Wohin? Wohin gehen wir? Können wir wieder einen Haufen? Verweißen Wald vor. Taylor, das bist nicht du. Was in deinem Kopf ist, bist du nicht. Du kannst dagegen kämpfen. Unser Verstand ist verbunden. Ich weiß, was passiert. Taylor, bist du da? Taylor! Alter, wie kannst du da einfach weiterrennen und mich hier dem Roboter überlassen? Hendricks? Kane, wo ist er? Ziel gesichtet. Überquert die Hochbrücke zu Turm 2. Okay. Alter. Riesig. Alter, sieht euch das an. Geil. Hey Kane. Irgendeine Idee? Diese Tür bringt euch hoch. So geht's auch. Also los. Hau rein. Der Sandsturm trifft wohl in weniger als 10 Minuten ein. Okay. Dann rauf mit uns hier. Du bist... Wow. Wow. Warum wir noch? Wie die alle auf mich gehen. In ihrem rennen sie sogar vorbei. Weißt? Alter, echt. Alter. Okay, hat mich nicht verfolgt. Schauen wir doch mal, was wir machen können. Alter. Es reicht jetzt auch. So, rauf mit uns hier. Teller ist im Turm 2. Das NRC hat eine Waffenkammer draus gemacht. Mit Landeplattformen auf dem Dach. Er will zum Dach. Er will von hier verschwinden. Hilf mir mal, den Trümmer zu beseitigen. Okay. Alter, so viele. Oh, okay. So, nach vorne hier. Wow. Wow. Auch geil. Wo wollen wir hin? Okay. Komm, spring. Sehr gut. Warum denn bitte wieder auf mich? Wo bist du, Hendrix? Hendrix, Wahnsinn mit dir. Da ist auch noch einer. Alter. Jetzt weiß ich langsam nimmer, wo genug ist es. So, da kommt auch einer. Und da rechts ist auch noch einer. Sehr gut. Die Drohnen sind schon tot. Sehr stört. Jetzt zwischen mir und dir. Hörst du mich? Das bist nicht du. Es ist das Ding in deinem Kopf. Etwas in deinem DNI spielt mit deinem Verstand. Was ist das, John? Was ist der vereistige Wald? Hu 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 hu. Hörauf hier und dann da rein. Hey, irgendwas stirbt nicht. Meine Systeme fahren runter. Was passiert hier? Ist die Infektion. Ich glaube, das beeinflusst auch die anderen Träger. Lass es nicht zu. Kämpf dagegen an. Ja, dann gehen wir doch weiter. Stress mich nicht. Ich bin noch hier. Was ist mit Taylor? Wow. Hier sieht man ja noch viel. Hör ihn. In einem mobilen Laden auf dem Weg rauf. Okay, dann rauf mit uns hier. Darüber. Wohin gehen wir, Cain? Rauf. John, hör mir zu. Du kannst da stoppen. Das ist unmöglich. Es ist schon geschehen. Okay, auch erledigt. Es ist aus. Wenn das dein Weg ist, lässt du mir keine Wache. Die Cameron ist ein bisschen überraschend. Ich werde dich erschießen. Aber das willst du gar nicht. Oder, Jacob? Schon okay. Entspann dich einfach. Stell dir einfach den vereisten Wald vor. Wo, 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 wo. Ich kann dich schon sehen. Hör nicht auf ihn, Hendrix. Das ist nicht Taylor, der da mit dir spricht. Es ist nicht Taylor. Du gefährdest CIA-Operationen in aller Welt. Du hast die Winslow-Abkommen-Allianz in Gefahr gebracht. Und du... Weißt du das? Weißt du das überhaupt? Du wirst benutzt. Wir alle werden benutzt. Siehst du das nicht? Als wir uns den Scheiß haben einpflanzen lassen, haben wir unsere Seelen verkauft. Ich muss sagen, wenn die so viel im Hintergrund reden, Freunde, es ist da gerade eigentlich so viel Action, dass ich von dem Ganzen kaum irgendetwas mitbekomme und das finde ich eigentlich gar nicht so cool. Bin ich der Böse? Waffen kann man brauchen, wir nicht in diesem Fall. Ähm, hacken? Was? Ach, ok. Er stört die Kommunikation. Er bewegt sich auf dem Dach. Er scheint seinen Heli aus der Ferne zu steuern. Er darf den Turm nicht verlassen! Oh, scheiße. Verdammt, es sind zu viele! Stopp sie, Hendricks! Ich hol mir Taylor! Wir können das aufhalten. Wir können dieses Ding aus unseren Köpfen holen. Uh oh. Taylor steuert ein NNC-Mutterschiff. Ich schicke mobile Waffenkammer vorbei. Geil. Bringt mir das irgendetwas? Hol dir die Minigun von der mobilen Waffenkammer. Wo ist denn die mobile Waffenkammer? Willkommen zurück. Taylor, hör mir zu! Du kannst ihm sofort ein Ende machen! Das hört mir hier nichts bringen. In Deckung! Raketen im Anflug! Weißt du was noch passiert? Meine, die mobile Waffenkammer! Ich weiß, dass du mich hören kannst! Ich weiß, dass du mich hören kannst! Was ist denn nicht die mobile Waffenkammer da drüben? Haben wir eine Waffenkammer? Und du hast noch eine Menge vor dir. Ach so, nein, das ist eine Missionabschlag. Ich weiß es nicht! Wo ist denn die Waffenkammer? Okay. Okay. Dein D.N.I. kann dir alle Optionen zeigen. Okay. Du kannst entscheiden, zu welchem Opfer du bereit bist. Also, das Teil ist auf jeden Fall schon mal geil. Du warst bei Sarah Hall, als sie starb. Ich weiß, was du gesehen hast. Ich war auch da. Okay, Freunde. Ich war bei Hall, als sie gestorben. Ich weiß, was sie gesehen haben. Ich weiß auch, dass es nicht real war. Ich möchte diese gerne nehmen. Wie kann man denn eine Waffe weghauen? Ja, geil! Wie kann man denn, Freunde, wie kann man denn Waffen wegwerfen? Kontrollbelegung. Schwere Waffe ausrüsten. Das passt alles. Hä, ich konnte diese Waffe nicht nehmen. Ich kapier's nicht. Ich schicke mobile Waffenkammern vorbei. Ich versteh's wieder mal nicht. Hol dir die Minigun von der mobilen Waffenkammer. Ja, mach ich. Das werd ich ganz alter. Taylor, hör mir zu! Du kannst ihm sofort ein Ende machen! Ja, weißt du was mit dir passiert? Okay. Ich weiß, dass du mich hören kannst. Ich hatt's dagegen ankämpfen! So, ich hätte jetzt gern nochmal dieses Teil. Kann ich nicht. Dann kann man aber sicher irgendwo halt die Munition zumindest auffüllen. Aber nur du kannst entscheiden, zu welchem Opfer du bereit bist. Du musst nicht der Böse sein, Taylor! Es ist noch nicht zu spät! Ja, okay. Das klappt zumindest. Was? Jetzt kommen die Teile wieder daher. Du warst bei Sarah Hall, als sie starb. Ich weiß, was du gesehen hast. Ich war auch da! So, wo ist er denn? Da drüben ist er. Oh mein Gott! Das klappt ja wieder gut! Das wird ja wieder ewig dauern, Freunde. Bis das irgendwann mal klappt. Okay. Und jetzt nochmal. Du kannst ihn sofort an Ende machen! Ich weiß, dass du mich hören kannst. Du kannst dagegen ankämpfen! Alter. Ich hasse es. Das habe ich auch jetzt erst gesehen. Alter, was ist denn das? Mann, oh. Dein DNA kann dir alle Optionen zeigen. Freunde. Das ist kacke. Ja, geil. Du warst bei Sarah Hall, als sie starb. Ich weiß, was du gesehen hast. Ich weiß auch nicht, was ich eigentlich alles noch kaputt machen soll. Wichtig, ich war doch, als sie starb. Ich weiß, was sie gesehen haben. Ich weiß auch, dass es nicht real war. Nichts davon! Ich weiß auch nicht, was ich eigentlich alles noch kaputt machen soll. Die Uhr tickt, Neul. Jetzt bleibt nur noch eins zu tun. Du kannst mit Verpflichtung. Du kannst mich vertreten! Du kannst mich vertreten! was? alter! und der timer läuft ok, timer mal kurz ausschalten hier und jetzt... wo? ok Ken! Hendricks! Taylor! du bist verwirrt da ist etwas in dir es kontrolliert dich ich weiß es wächst es will jeden du kannst dagegen ankämpfen, Taylor! Na los! es muss ihn loswerden ist ok ist ok geschafft das wars wir sind sicher nicht sicher ist da du Hendricks nein! Hendricks, was zum Teufel wird das? Hendricks Dias, Maretti, Hall und nun Taylor alle tot Lagebericht! ist Taylor gesichert? er ist tot! Hendricks hat ihn getötet! ok, du hast was du wolltest Hendricks! wo gehst du hin? stell dir einen vereisten Wald vor haltet durch, bin auf dem Weg habt keine Sorge, wir holen euch da raus Hendricks ist verschwunden ich bin schwer verletzt alter du musst mir helfen, Cain bring mich zurück in den Kampf ich muss Hendricks aufhalten um jeden Preis wenn du das durchziehst bin ich nicht dabei das ist der einzige Weg es wird dich verändern schneller als du glaubst ich habe keine Wahl ich muss es tun dein altes Leben dein altes Leben wird verblassen so bin ich halt, Rachel verg... vergiss mich nicht wer du mal warst vergiss nicht wer du mal warst vergiss nicht wer du mal warst das werden wir nicht das werden wir nicht werden wir nicht das ist die abgeschlossene Mission wahrscheinlich ja genau dann schauen wir doch mal was wir wieder alles so bekommen haben der Timer hat eh schon geläutet das heißt wir überziehen ja sowieso schon aber ist ja nicht schlimm ist ja nicht schlimm ist ja nicht schlimm Freunde so lade ein bisschen schneller komm tu doch mal Lotustürme die Mission abgeschlossen ok ok nicht ganz zu viele Sachen bekommen Level 14 haben wir aber erreicht oder? Level 13 ist das erst ok entspannen dich wir entspannen uns lass die Gedanken treiben ja wir entspannen uns und schauen mal was wir denn für Outfits bekommen haben denn ein neuer Helm der auch kacke aussieht und das schaut gar nicht so schlecht aus aber ich lass trotzdem das für die Freude Ok Freunde in der nächsten Folge geht es dann weiter somit einen schönen Tag noch Tschüss du bist du bist